Sehr geehrter Herr Erzbischof, liebe Herren Bischöfe, liebe Mitbrüder im Geistlichen Dienst, liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder, die Sie uns über das Internet verbunden sind. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Und die frohe Botschaft, in die Zeit hineinzutragen, bis der Herr wiederkommt, ist die Aufgabe der Kirche. Menschen Mut zu machen, dass Gott an der Seite von uns Menschen das Leben mit uns teilt. Eine frohmachende Botschaft haben wir soeben gehört mit den sogenannten Seligpreisungen. Selig die Trauernden, sie werden getröstet werden. Selig die, die keine Gewalt anwenden, sie werden den Frieden erfahren. Natürlich kann man sagen, das ist ein Blick in die ferne Zukunft oder in die nähere Zukunft, wer weiß, aber immerhin erst in die Zukunft. Dann, wenn der Herr kommt, wird er alle trösten. Dann, wenn der Herr kommt, werden alle Kriege beendet sein. Dann wird es den wirklichen Frieden geben, den wir Menschen alleine nicht schaffen können. Aber wir leben doch jetzt in dieser Zeit, in der Zeit der Ankündigung des ersten Ankommens des Herrn und der Hoffnung, dass der Herr wiederkommt. Und in diese Zeit hinein sind wir alle gerufen, liebe Schwestern und Brüder, mitbauen zu dürfen am Reich Gottes, damit das, was in ferner Zukunft oder naher Zukunft, dann eben, wenn der Herr kommt, Wirklichkeit wird und vollendet sein wird, daran mitbauen zu dürfen. Heute schon Menschen zu trösten, heute Menschen, die vom Krieg bedroht sind oder in Unfrieden leben, an ihrer Seite zu stehen und solidarisch zu sein. Denen, die arm sind, zu helfen mit den Möglichkeiten, die wir haben, dass niemand hungern muss und niemand verhungern muss. Und vor allem, dass Liebe gelebt werden kann. Dieses Evangelium, liebe Schwestern und Brüder, wird heute auf der ganzen Welt überall dort verkündet, wo katholische Christen zur Feier der Heiligen Messe zusammenkommen. Aber wie kann das gleiche Evangelium, die gleichen Worte von Jesus Christus Menschen hier im Erzbistum Köln oder in Deutschland genauso berühren und auffordern, mitbauen zu dürfen am Reich Gottes und Hoffnung zu schenken wie den Menschen in Tokio, in Japan und in Myanmar, wo wir so unterschiedliche Menschen sind, unterschiedliche Sprache sprechen, in unterschiedlichen Zeitzonen leben, unterschiedliche Vorliebe in den Speisen und Getränken haben, unterschiedliche Musik hören. Es ist das gleiche Evangelium, die gleiche Botschaft und es eint uns im Glauben, dass wir miteinander den Glauben, den Christus in diese Welt gebracht hat, den Glauben an Jesus Christus und den dreifaltigen Gott leben. Wir sind so unterschiedlich, das können wir schon ahnen, auch die, die noch nicht die Möglichkeit hatten, wie ich im vergangenen Jahr mit einer Delegation aus dem Erzbistum Köln. Und ich freue mich, dass die, die damals mit mir zusammen gereist sind, eine Woche nach Tokio jetzt auch mit uns diese Heilige Messe feiern. Wir kommen aus einer Region, in der der christliche Glaube jahrhundertelang gelebt wird, wo viele Bauten, wie hier der Kölner Dom, für den Glauben zeugen, stehen und vieles christlich geprägt ist. Aber auch wir erleben hier, dass der Glaube immer mehr schwindet. Und kam nach Tokio, wo ganz wenige Prozent von Menschen, die in diesem Land leben, in dieser Stadt leben, Christen sind und dafür nur ein kleiner Prozentsatz katholisch. Geht das überhaupt, den Glauben mit einer so kleinen Zahl von Menschen zu leben, überzeugend zu leben? Und in Myanmar wird es wieder anders sein. Ich möchte zwei Beispiele erzählen, die mir zumindest zeigen, wie es gut gelingen kann, den Glauben in die jeweilige Zeit hineinzutragen und auch zu bezeugen und zu leben. Das heißt, Menschen Hoffnung zu machen, Hoffnung, dass das, auf das wir hoffen, in Erfüllung geht und dass das jetzt schon erfahrbar werden kann, also nicht ein Trost ist, der irgendwann mal in Erfüllung geht. Wie gesagt, in Tokio, eine Millionenstadt, eine lebendige Stadt mit ganz wenig katholischen Christen, gibt es eine Universität mit zehntausend Studierenden. Und wenn man sich vorstellt, dass an dieser Universität Menschen verschiedener Religionen leben, dann könnte man sich doch fragen, warum engagiert sich die Kirche in dieser Stadt mit einer solch großen Universität? Weil wir uns engagieren, weil die Kirche sich engagiert, da speziell die Jesuiten, um zu sagen, Menschen haben Hunger nach guter Bildung. Und wer gute Bildung hat, kann die Gesellschaft gut mitentwickeln und sich dafür einsetzen, für eine gerechte Gesellschaft, für ein gutes Auskommen, für gute Lebensbedingungen. Könnte man sagen, das kann man auch an einer anderen Universität. Sicherlich ist das möglich. Was mich besonders angesprochen hat, ist, dass alle, die dort mit dem Studium beginnen, sich in kleinen Gruppen mehrere Mal treffen und über den christlichen Glauben, über den katholischen Glauben etwas hören. Nicht im Sinne einer Mission, sondern damit diese jungen Menschen, die dort studieren, erfahren, warum die katholische Kirche sich dort engagiert und was unser Glaube ist, unser Menschenbild, unser Gottesbild. Und das ist, dass Gott sich den Menschen zuwendet, weil Bildung etwas Wertvolles ist für die Menschen und das Reifen der Persönlichkeit das ist, was uns Menschen ausmacht. Eine Persönlichkeit zu entwickeln, die nicht nur an sich denkt, sondern solidarisch ist, auch den Mitmenschen in den Blick nimmt. Und ich bin sicher, dass dieses große Engagement dort vielen Menschen hilft, miteinander in einer kulturell sehr differenzierten Welt miteinander zu leben und sich dafür einzusetzen. Die werden nicht alle katholisch, die werden nicht alle Christen, aber sie bekommen etwas mit, was für ihr Leben prägend ist. Wir durften in Tokio an dieser Universität mit einer Gruppe junger Studierender aus Myanmar uns treffen. Eines der ärmsten Länder dieser Welt. Diese jungen Menschen können in dieser Universität ein Studium aufnehmen und eine gute Ausbildung machen, um dann in ihre Heimat zurückzugeben, um dort den Menschen zu helfen, menschenwürdig zu leben, weil sie ein Stipendium aus dem Erzbistum Köln bekommen. Gemeinsame Solidarität. Köln und Tokio für Myanmar. Und auch diese Menschen sind begeisterte junge Menschen, die davon erzählen und diese Gesellschaft prägen. Trauernde werden getröstet. Menschen, die in Unfrieden leben, werden Frieden erleben. Hoffnung ist das Stichwort des Evangeliums. An der Seite der Menschen sein. Liebe Schwestern oder Brüder, wenn die Kirche, wenn wir Christen an der Seite der Menschen sind und das Bedürfnis der Menschen nach Persönlichkeit, nach Freiheit, nach Bildung, nach Nahrung ernst nehmen und an der Seite der Menschen leben, dann kommen Menschen mit der Botschaft Jesus Christi und damit mit Jesus Christus selbst in Berührung. Und das ist unser Auftrag in die Welt hinein. Ein zweites Beispiel aus Myanmar, das der Erzbischof gestern Abend bei einem schönen Zusammentreffen erzählt hat. Vor fast zwei Jahren gab es einen Militärputsch in Myanmar. Und die Militär sind kurz vor dem Weihnachtsfest in dem ersten Jahr des Putsches zum Erzbischof gekommen und haben ihm gesagt, Herr Erzbischof, feiern Sie das Weihnachtsfest, Ihr Weihnachtsfest in aller Festlichkeit, Fröhlichkeit, wie Sie es gewohnt sind. Man könnte zunächst meinen, ein wunderbar, trotz dieser Unterdrückung und trotz vieler Zerstörungen und trotz dieses Putsches die Möglichkeit zu haben, die Religion frei auszuüben, wunderbar. Aber was steckte dahinter? Feiern Sie Ihr christliches Weihnachtsfest so, damit die Menschen den Eindruck bekommen, es ist alles normal, es ist alles gut. Also den Glauben zu missbrauchen und nicht dem Glauben eine Freiheit zu schenken, sondern das Gefühl zu geben, es ist alles gut. Der Erzbischof hat sehr klug reagiert und hat gesagt, wir feiern das Weihnachtsfest. Er hat seinen Gläubigen gesagt, wir feiern, dass Jesus Christus Mensch geworden ist und geboren ist, in die Welt gekommen ist, zu uns gekommen ist. Aber wir werden dieses Fest in aller Stille feiern, nicht in der großen Fröhlichkeit, die sonst zu einem solchen Fest dort gehört. Und jeder, jeder hat das verstanden. Gott steht an eurer Seite. Gott ist mit uns. Und wir feiern unseren Glauben. Aber wir feiern ihn so, dass diese Solidarität mit den Unterdrückten deutlich wird. Denn der Bischof musste den Militärs auch sagen, wie können wir fröhlich Weihnachten feiern? Die Hälfte unserer Kirchen habt ihr zerstört. Tausende von Menschen, die Weihnachten feiern würden, habt ihr getötet. Aber wir werden Weihnachten feiern. Gott ist an unserer Seite. Liebe Schwestern und Brüder, Menschen Hoffnung zu machen und sich an die Seite der Menschen zu stellen, ist einer der Aufträge der Kirche in die Welt hinein, in jede Zeit, in jede Gesellschaft. Mit dem gleichen Evangelium, das heute verkündet wird, müssen sich die jeweiligen Ortskirchen Gedanken machen, wie kann das sein? Und wir hier in Köln müssen uns auch fragen, wo sollten wir hingehen, als Kirche wirklich präsent sein, wahrgenommen werden, damit Menschen durch uns mit Christus in Berührung kommen? Sie werden vielleicht nicht alle den Glauben mit unserem Glauben teilen. Aber wenn wir dorthin gehen, wo Menschen traurig sind und sie trösten, wenn wir dorthin gehen, wo Streit ist, zu vermitteln, wenn wir dorthin gehen, wo Menschen nicht miteinander reden können oder wollen, das Gespräch wieder neu zu suchen, dann wird das Evangelium zu einer frohen Botschaft, zur Botschaft der Hoffnung. Liebe Schwestern und Brüder, ob hier im Erzbistum Köln, ob im Erzbistum Tokio, ob in Myanmar, überall sind wir gerufen, diese Hoffnung, den Menschen zu sagen, Gott ist an unserer Seite. Ihr, die ja traurig seid, ihr werdet getröstet werden. Und ihr, die unter Unterdrückung leidet, ihr werdet Freiheit erleben. Amen.